Ja, grüß Gott, ich hab einmal de Bombe für sie. Ah ne, zurück an de Absender, bitte. Ja, und mit diesen lächerlichen Worten begrüße ich euch, euer Suzaku aka Leeroy. Willkommen, liebe Chiefman Hunter, zu diesem gerade erwähnten Erfolg im Tempel von Niuzau. Ich glaube, so hieß die Dungeon. Und wir befinden uns beim dritten Boss. Dieser dritten Boss tötet ihn nicht zu schnell, geht zweimal in eine Schildphase, beziehungsweise in sein Bollwerk. Nun kommen regelmäßig Ads, die könnt ihr einfach offtanken, beziehungsweise töten. Und ihr seht hier diese Bomben fallen. Und mit diesen Bomben müsst ihr sein Schild bewerfen. Und das Ganze muss 20 Stacks geben, denn der Boss bekommt dadurch Stacks. Leider war es so, dass ich die Stacks nicht angezeigt bekommen habe, so wie ein anderer Spieler auch nicht. Natürlich wiederum andere Spieler haben diese Stacks gesehen. Das ist also ganz merkwürdig. Ich glaube, die, die zuerst draufwerfen, sehen auch diese Stacks einfach. Wie gesagt, 20 Stück draufwerfen, Boss umhauen, Erfolg geschafft. Das ist wirklich relativ simpel. Steht auch genauso im Achievement Text. Also eine sehr, sehr leichte Sache. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Und ja, schaut ruhig in die Playliste. Wir sehen uns später. Euer Suzaku Akali-Moi in der World of Warcraft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. backward. Untertitelung des ZDF für funk, 2017